Elie Erl gewann im Jahr 2004 die zweite Staffel DSDS, doch die große Musikkarriere blieb aus. Jetzt, knapp 19 Jahre später, sprach sie nun über ihre Zeit bei der RTL-Casting-Show und fand deutliche Worte für Dieter Bohlen. DSDS, sie gewann die zweite Staffel, Elie Erl meldet sich zurück. Mit diesem Comeback hat wohl niemand gerechnet. 2004 holte sich Elie Erl, 44, den Sieg in der zweiten Staffel von DSDS. Doch an den Erfolg ihres Vorgängers Alexander Kloss, 39, anknüpfen konnte die Musikerin nicht. Dabei erreichte ihre Siegersingle This Is My Life damals sogar Platz 3 der deutschen Charts. Jahrelang war es still um die DSDS-Siegerin geworden. Bis jetzt. Elie Erl über Dieter Bohlen. Nicht meine Sorte Mensch. Elisabeth Erl, wie die DSDS-Siegerin eigentlich heißt, soll laut web.de nämlich voraussichtlich zusammen mit ihrer Partnerin Tina van Wickeren im September das Buch an Plagt, mit Hund, Gitarre und Fun auf Europatour herausbringen und hat in dem Zusammenhang mit dem Online-Portal gesprochen. Dabei sprach die 44-Jährige auch ganz offen über ihren DSDS-Sieg und Pop-Titan Dieter Bohlen, 69. Meine Gedanken haben sich null verändert. Ich habe damals schon mit Dieter Bohlen Schwierigkeiten gehabt. Das war auch ganz offensichtlich. Wobei, ich muss dazu sagen, dass ich anfangs keine Schwierigkeiten mit ihm hatte. Ich habe dann nur mitbekommen, dass er welche mit mir hatte. Und schlecht über mich geredet hat. Mit solchen Menschen möchte ich mich nicht umgeben. Ich habe schnell gemerkt. Das ist nicht meine Sorte Mensch. So die deutlichen Worte von Elie Erl. Dennoch würden sie und Tina DSDS weiterhin verfolgen. Ihrer Meinung nach sei die Staffel. In der Dieter Bohlen nicht als Juror in der Jury saß, viel sympathischer und wertschätzender gewesen. Prinzipiell finde sie das Casting-Format weiterhin gut. Trotzdem würde die 44-Jährige so manche Jury-Mitglieder überdenken. Nach ihrem Sieg bei der RTL-Sendung habe sie nach eigenen Angaben 6 Jahre lang von der Musik gelebt. Dennoch sei die Zeit alles andere als leicht für sie gewesen. Denn es ist wahnsinnig schwer, wenn man diesen DSDS Stempel hat. Radiostationen spielen deswegen deine Songs nicht. Man kommt nicht ins Vorprogramm von größeren Bands, dass man mal wieder auf Tour gehen kann. Klubbesitzer lassen einen nicht spielen. Es ist dieses Wegwischen. Das nächste Jahr geht gleich wieder eine neue Staffel los und dann ist jemand anders. Plötzlich interessanter. Die Leute denken immer, man verschwindet in der Versenkung. Man möchte das aber eigentlich überhaupt gar nicht.